Wolfi 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 Wolf Wolfi ich kenne ihn seit 15 klasse ja ich bin irgendwie aktuell gar nicht einschätzen kann was derzeit macht ich weiß auch nicht ob das daneben wegschmeißen oder ob das einerseits ist er voll engagiert im studium andererseits denke ich mir also der grundsatz legen gerade voll in die wutrolle wieso was meinst du ja was grundsätzlich das konsumer halten und sonst was angeht ja die sind doch noch ganz neu zusammen also wenn sie nicht zusammen sind da wird es mich jetzt nicht wundern weil die hat mir gerade selbst 100 durchgeschickt mit juli was hat er geschrieben juli oder juli ne juli und elli sind zusammen auf der duld ach so jetzt wird gleich puzzeln und haben bilder mit mädels gemacht ja er hat gerade mit linder schluss gemacht zelt er hat gerade eben schluss gemacht er hat gerade eben schluss gemacht ja und hat linder praktisch alleine auf der duld gelassen zum glück ist jetzt niki noch dort weil sonst wäre die jetzt alleine was hat er gemacht irgendwie mit linders schluss gemacht und aber eifersüchtig ist ja vor allem der ist ja so krass eifersüchtig das ist das was ich gar nicht verstehe ich verstehe schon wenn man eifersüchtig ist aber linder hat er keinen bock immer so daheim zu chillen weil er will halt dass sie nirgendwo hingeht und sagt dann ja gut dann lass wenigstens sowas unternehmen wenn ich schon da bleiben soll und nicht woanders hingehen soll aber dann sagt er kommt hier rein kommt hier rein immer aber er hat halt anscheinend nur mal bock auf jungs bei mir alter alle bei mir drei stück ich kann ihn grad nicht weg bei mir kommt ein klasse ja ich geh jetzt auch leer alter gegen drei mach ich alleine nix ich geh mal runter zum loot auftrag oder oder sollst du da jetzt gleich wieder ran drinnen zwei stück oben links braucht jemand ne gasmaske ich glaub die klettern aufs dach aufm dach aufm dach ich schrink zum schrink zum schrink ich hab mir stun wenn es ist Fenster der shield break da unten oben ja es hat er mich so durch das zelt durchholt einer nach oben is ob er mich holt aus dem scheiß haus der liegt bei mir wo ich tot bin Oh man, die haben schon Loader, die haben schon Loader. Der kommt nochmal! Nein! Lock, 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 lock! Ja, der postet jetzt dahinter. Der steht zwischen den zwei Zelten. Holt der wen hoch gerade? Ja, ja. Da! Es gibt doch nicht, dass wir nicht mehr zum Loader kommen. Im Spiel! Ja, lass den Lootauftrag machen, das sind wir nicht. Ja, Major. Oh, da holen wir Loader! Zurück im Spiel! Ziele gefunden! Begib dich zur nächsten Position! Festung holen auch Loader, die müsste aufpassen. Ja. Bestätige Geldlieferung! Wir sind hier so sicher! Der Fall sprecht über dem Gebiet ab! Vorderen Beschuss ab! Ziele markiert! Landet auf mir gerade, wer! Dankeschön! Tega! Tega, wieso geht die Tür auf? Wegen Cluster! Aktiv! Und hier Stepped, wer rum? Mati, soll ich dich mitnehmen, oder? Äh... Fast schon, brauchst du nicht extra noch. Ich komm da schon irgendwie raus. Wir sind alle unten hier. Du erhält keine Ausrüstungslieferung. Ich versteh's nicht! Ich fang jedes Mal vorher das Schießen an, Dega! Jedes Mal! Was denn? Russisch auch, Mann! Ich weiß nicht, dass ich da raus springe. Fast zu ausgeschaut habe. Alter, die Hitsmarker! Es gibt wieder spawnen, Fuzz! Es gibt wieder spawnen, Fuzz! Es kommt doch nicht vorne! oh ich werde von hinten angeschossen wo bist du du ich habe mir gedacht lauter kult die pusten jetzt auf dennoch rot einer mag auch geschlösen da war einer sein ich bleibe schon wieder eine stunde nach hinten die 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 Was? Eigentlich schon, ja. Verbot, Bewege auf! Rätsel wäre kritisch. Das wäre nicht so schlimm. Jetzt. Legt euch hin. Landet wer. Landet einer bei uns. Da unten ist noch. Führe einen noch zum Loader. Ja, die springen runter. Von wo? In diesen Headquarters rein. Da. Oh, der ist sogar flashed. Der ist flashed. Two more. Die müssen nach oben aus, oder? Wir können nicht gut bleiben. Verbündeter Präzisionslumpf, da kommt! Achtung! Feiner K.o. Wackert. Oh, der. Lass Control reingehen, oder? Aber hier ist sicher, als Zone wird markiert. Control rein, wieso? Wir müssen da runter, oder? Ja. Hier ist halt auch neben so. Wir sind die schon alle unten. Wir könnten aber noch was kaufen. Ja, ich geh schon laut an, schon laut an. Ah ja. Ich hol noch einen Luftschlag. Kann ich den Luftschlagwerd mitnehmen? Ja, Pritzy. Hier nochmal Geld. Was brauchen wir, Mummi-Kiste, oder was brauchen wir? Ich kann eine Roboter droppen, falls die der will. Da, Roboter. Ja, vor allem. Gleich vorbei. Und wir jetzt auch gleich Perk nehmen. Können Sie wieder fahren, Ziel? Ich fahr's in die vorne. Ja, in die vorne. Ach so, aber noch nicht schießen, oder was? Nee. Das sind zwei auf jeden Fall. Verbündeter Präzision. Nur noch zehn übrig. Schie-Brack. 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 Ich hab ihn gerade Schie-Brack gehabt, und da dachte ich schon, wir werden von euch jetzt noch raus. Katt-Porter springt. Die landen alle unten. Ach, der ist schon irgendwo einer. Ich geh nicht mit Beute. 35 Meter, die links. Ja, er ist unmaug. Alter, den hat dich so cracked. 33 Meter, da ist noch wer vor mir. Hier. Ich zieh los. Feindlicher Soldat in der Nähe. 45 Meter, ja, der sitzt runtergesprungen. Da. Da unten drin. Auf blau. Ich zieh los. Und am Dach hier. Hier am Dach bei... Da. So, Lodi. Irgendwie müssen wir jetzt langsam mal los, ne? Ja. Oh, rechts, Alter, das sind sau viele. Auf blau ist wer, und auf... Da oben ist auch wer blau. Der Tower schießt. Ach, ich hab gar keinen Luftschlag. Lass groupen, lass groupen, lass groupen. Oh mein Gott. Boys, kommt her, kommt her. Das Gas waltet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Geh rechts rum, Wolfie. Rechts rum. Ach, das sind echt welche. Wo? Zwei Nocks, zwei Nocks, zwei Nocks da drüben. Oder? Oder einer. Sheet Break, einer. Fuck. Hey, Mati, was geht denn? Hey. Schaust du's hier noch raus? Da hier, ne? Nice, Wolf, Wolfie. Äh. Nice. Ob, Digga. Hä? Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Schnell, 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 schnell. Nein, nein, nein. Ich kümmere mich. Ich kenne es ab. Das ist so gut, das ist so gut. Bleib, bleib, bleib. Es drückt es schon seit 10 Sekunden, aber... Ja, die kommen. Wir könnten theoretisch noch einkaufen. Warte, nimm mal Geld. Nimm mal noch Geld. Hier, dass du auch einkaufen könntest, wenn du es. Da ist ein Shop, Alter. 26 Meter links. Links von dir. Jetzt kommt rein. Soll wir aufs Dach hoch? Ne, bringt auch nichts, oder? Rechts sind auch noch welche, ne? Lass hier... Ah, fuck. Ah, da. Der läuft dann. Rechts, 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 rechts. Ja, ja, ich hab grad Plus. Ah! Komm schon, dass ich rechts rumkomme, rechts rumkomme. Ja, genau. Ja, die haben Power, rechts, ne? Ja, genau. Der hat gesprungen, oder? Ja, ja. Nein, ich will doch einfach bloß da rein. Rechts ruhig. Rechts, rechts, rechts. Ist wieder einer drin. Rechts, rechts, rechts. Aber hier, bei nem. Genau, bei nem. Blau, blau. Blau, blau. Weiß wer? Ich seh den gar nicht. Ja, nein! Was? Ähm. Ich hätte aber... Ich hätte mir den Bogen links hinschießen sollen nicht, Dulli. Aber bis der den Bogen... Da wären alle weg gewesen. Ja, aber ich dachte immer, wenn ich den jetzt raushole, genau dann kommt es um die Ecke. Deswegen wollte ich jetzt nicht mehr mit dem Bogen anfangen. Bis ich dann wieder Waffe wechsle zu Roboter und Ding, dabei sind sie wieder hier und putz. Es kann doch nicht sein, zum dritten Mal zweit. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht.